Hallo und willkommen zu einem neuen Notizblog. Heute seit langem wieder mal zu einem Humble Bundle. Habe ich deswegen nicht mehr gemacht, weil die letzten Humble Bundle nie so wirklich interessant waren. Dieses hier aber hat absolut in sich und wenn man das verpasst, das wäre wirklich schade. Und da nicht jeder mich auf Twitter verfolgt und das mitbekommt, wenn ich über die Humble Bundle was twittere, habe ich mir gedacht, ein Video muss raus, vor allem, weil es nicht nur das Humble Bundle gibt, sondern parallel dazu auch ein paar interessante Aktionen im Humble Store. Und noch dazu ist die Amnesia Fortnite gestartet. Das möchte ich euch auch noch unbedingt zeigen. Also diese Woche geht es richtig rund bei Humble. Sollte man dringend einen Blick drauf werfen. Humble Bundle, vielleicht kurze Erklärung, kennt nicht jeder. Das ist so eine regelmäßige Aktion, wo man eben ein Bundle, ein Paket aus Spielen kaufen kann. Man kann mitunter oder zum Teil den Preis auch selbst bestimmen und auch ganz toll beim Humble Bundle. Ich kann es ja da unten mal zeigen. Nebst eben dem, dass man hier auswählt, wie viel ein das wert ist, kann man auch sagen, wer wie viel von diesem Geld bekommt. Und zur Auswahl stehen hier der Publisher dieser Spiele, also 2K, und eine Charity-Einrichtung, eine wohltätige Einrichtung und Humble selbst. Also man kann hier theoretisch auch alles spenden oder einen Teil Humble geben oder natürlich eben auch dem Publisher, beziehungsweise gibt es eben auch hier jeweils den Vorschlag. Ich würde grundsätzlich empfehlen, geht es doch nach dem mindest vorgeschlagenen Preis, also immer, wie ich finde, mehr als fair, weil selbst 25 Dollar ist für das, was diesmal geboten wird, ein richtiges Schnäppchen. Und das ist eben das Humble Sid Meier Bundle. Und da drin befindet sich, wenn man eben einen beliebigen Preis wählt, nicht nur Sid Meier's Civilization 3 und 4, noch dazu in der Complete Edition, das heißt mit allen Add-ons oder mit allen DLCs, sondern auch Sid Meier's Ace Patrol mit Pacific Skies, eins der brandneuen oder neuesten Sid Meier-Spiele und Sid Meier's Railroads, ein toller Klassiker, den vielleicht so mancher von meinem Kanal kennt. Also allein schon die 5 Spiele hier kann man hier für theoretisch nur einen Dollar oder weniger erstehen, wobei, wie gesagt, sei es da doch ein bisschen großzügiger und wenn man eine bestimmte Summe ausgibt, ein bisschen was drauflegt, nämlich mehr als das, was der Durchschnitt gezahlt hat, in dem Fall 8,81 Dollar, zumindest jetzt in dem Moment, der Preis kann sich ein bisschen ändern, gibt es sogar CIF-5 und CIF-5 Gods & Kings dazu und ab 15 Dollar nochmal obendrauf Brave New World, also allein die DLCs hier alleine sind eigentlich mehr wie die 15 Dollar, werden das ganze Paket zusammen, ist ein absoluter Knaller, plus noch dazu der Civilization 5 Soundtrack und man unterstützt eben wahlweise noch dazu Charity, also wirklich ein toller Deal, sollte man sich nicht entgehen lassen und ich habe auch schon zugeschlagen, obwohl ich hier außer Ace Patrol schon alles habe, einfach aus Prinzip heraus. Die Keys gibt es für Steam und zwar, ich habe es eben probiert, ich habe ein Bundle gekauft, man bekommt sie einzeln, das heißt, sollte man eins der Spiele schon haben, auch kein Problem, wobei, ich glaube in den Nutzungsbedingungen steht, verschenken darf man die Keys, ich meine, verkaufen darf man sie natürlich nicht, aber eben, wenn man das eine oder andere schon besitzt und einen Freund oder eine Freundin hat, die man damit glücklich macht, dann bitte gerne weiterschenken. Und nebst eben diesem Humble-Siedmeyer-Bundle gibt es noch drei interessante Sachen, ich würde sagen, gehen wir das mal vom, naja, ich sage es mal uninteressantesten zum interessantesten durch, das ist der Weekly Sale, der dreht sich dieses Mal passend auch über die Amnesia of Fortnite um Double Fine, wo es eben gibt Psychonauts, Costume Quest und Stacking, die drei Spiele kennt man vielleicht, sind mitunter die Spiele für die Double Fine bekannt geworden, ist vor allem Psychonauts und Brutal Legend oder Brutal Legend und eben Spacebase DF9 gibt es hier auch noch dazu, wenn man eben auch wie beim Humble-Bundle hier einen gewissen Betrag ausgibt. Spacebase DF9 übrigens der Gewinner oder eins der Spiele der letzten Amnesia Fortnite, also wer das verpasst hat, ist zur Zeit auf Early Access verfügbar bei Steam, der kann es hier eben auch noch erstehen, plus eine Menge Soundtracks zu den ganzen Spielen, in dem Fall unterstützt man Child's Play und die EFF, ich hoffe, die kennt jeder, wenn nicht unbedingt dann nachschauen gehen, wer das ist. Und ja, hier sind noch sechs Tage übrig, beim Humble-Bundle waren es glaube ich elf, wenn ihr das seht, könnt ihr eventuell einen oder zwei Tage abziehen. Humble Store, da sollte man auch noch reinschauen, weil da gibt es noch die nächsten 20 Stunden, und das ist natürlich jetzt, wo ich es aufnehme und es ist in etwa Mitternacht, das heißt, kurz nachrechnen, morgen um 20 Uhr, so schwer war es da nicht zu rechnen, also wenn ihr dieses Video seht, in wenigen Stunden ist diese Aktion vorbei, aber vielleicht auch noch schnell reinschauen, weil es ist Paradox-Woche oder Paradox-Midweek-Megasale und unter anderem gibt es eben Europa Universalis 4 um einen Spottpreis 15 Dollar und die komplette Cruiser der Kings 2 Collection um 20 Dollar und Collection heißt in dem Fall hier wirklich, da unten steht es, includes 22 Items, also eine ganze Menge, kann ich leider hier nicht raufscrollen, aber die Liste geht noch ein Stückchen weiter, also ganz schön viel dabei, plus natürlich andere Titel, Master of the Arcane, City's Emotion, Europa Universalis 3, also auch die ein bisschen älteren Titel inklusive Hearts of Iron, Majesty natürlich auch toll für 2,50 Dollar, also da ist einiges im Angebot, was man sich auch anschauen sollte. Und zu guter Letzt noch die Amnesia of Fortnite, das ist so eine Aktion von Double Fine, ich würde euch einfach empfehlen, geht es auf die Seite, schaut euch das Video hier an, das erklärt so ziemlich alles. Kurz zusammengefasst, in regelmäßigen Abständen, das letzte Mal war es vor 2 Jahren, gibt es eben bei Double Fine so einen internen Bewerb, wo alle Mitarbeiter ein Spieleprojekt vorstellen können, einen Prototyp vorstellen können oder die Idee zu einem Prototyp vorstellen können und eben seit letztem Jahr, seit vorletzten Jahr, also seit dem letzten Mal können wir die Käufer der Amnesia of Fortnite oder des Amnesia of Fortnite Bundles hier voten, was eben programmiert wird. Das heißt, man kauft sich hier sozusagen ein für einen gewissen Betrag, ich glaube ab 1 Dollar, da steht es, kann man eben mit voten und dann wird eben gevotet für 3 Prototypen aus dieser Liste hier, die werden im Video auch kurz vorgestellt und die 3 Prototypen, die dann gewinnen, werden auch programmiert, also als Prototypen und die bekommt man dann eben zum Download. Also auch eine interessante, spannende Sache, wo ich sage, wenn man Double Fine ein bisschen unterstützen will und eventuell eben jeden einen oder anderen Prototyp haben möchte, ist eine tolle Sache und eben vorletztes Jahr 2012, da gab es eben, wie gesagt, Spacebase DF9, von dem her kenne ich es eben, weil er war der 2012er Fortnite, habe ich natürlich auch mitgemacht, zumindest mitgezahlt und mitgevotet und ich glaube, Spacebase war eh bei meinen drei Stimmen dabei. Gut, da ist auch noch ungefähr eine Woche Zeit, also für alles recht viel Zeit noch zum Überlegen, bis auf den Humble Store mit der Paradox-Aktion, der Weekly Sale mit den anderen Double Fine Spielen geht auch noch eine Woche und fürs Humble Bundle hat man sogar noch fast zwei Wochen Zeit, aber ich glaube, das ist das, wo die meisten als erstes zuschlagen werden, weil es wirklich unumstritten sensationell ist. Dann wünsche ich alles Liebe und alles Gute, bis zum nächsten Mal, tschüss, ciao, pfiedenk und baba.